Ich habe viele Soldaten gesehen, die ihre Gefallenen geborgen haben. Aber nicht auf die Art wie diese Männer. Die Ghosts haben Ajax verehrt. Das genaue Gegenteil von dem, wie er gestorben sein muss. Wenn Rorg ihn getötet hat, hat er sich dabei Zeit gelassen. Und jetzt jagt er die Ghosts. Und wieder griff uns die Föderation an. Und wir rannten direkt ins Chaos. Und irgendwo, mitten in diesem Gefecht, war unser Vater. Wir mussten ihn finden. Hallo liebe Gamer hier draußen. Und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Part. Call of Duty Ghosts auf der Wii U. Wir machen weiter mit der Heimkehr. Unserem bereits vierten Part. Riley ist auch wieder mit dabei. Er geht dort lang. Wir folgen Hash. Und ja, schauen wir mal, was uns jetzt hier so schönes erwartet. Wieder viel los. Viel brachiale Inszenierung. Irgendwo fliegt irgendwas in die Luft. So wie hier schon das nächste. Ein paar Heleys, die auf uns zukommen. Und ich sehe auch schon ein MG. Ja, wir dürfen jetzt auch an das MG ran. Und ballern jetzt einfach mal, was das Zeug hier hält. So, den Heeli habe ich schon mehr oder weniger auf Korn genommen. Panzer haben auch noch da noch mehr Heleys. So, so langweilig wird sie definitiv nicht. So, und säubern wir hier mal den gesamten Strand. Ja, komm her. Jawohl, den Heeli haben wir auch. Wunderbar. So, da sind auch welche. Ich glaube, ich möchte mich da feine nicht mehr. So, den Panzer bekommen wir nicht. Der ist schon mehr oder weniger hinüber. Boah. Ich will es heute mal in Deckung gehen. So, was haben wir jetzt hier? Mörserfeuer, oder? Oh, da haben wir noch eine Heeli. Oh Gott. Ja, ich glaube, das MG scheint kaputt zu sein. Nehmen wir einfach mal die Waffe hier. Aber ich glaube, das bringt das nicht viel. Wir sollten mal lieber in Deckung gehen. Da ist doch noch jemand. Verdammtes Gede. So, halten Sie im Schlagen. Ja, gedrückt, um sich einzubringen. So. Ah, zehn Angriff. Digital Kreuz oben. Ja, den werden wir jetzt auch, glaube ich, brauchen. So, da haben wir den Heeli. Und, beziehungsweise nicht mehr lange. Da, komm her, wo bist du? Da. Wunderbar. Okay, der Strand hat sich jetzt auch wieder gefüllt. Wo die jetzt herkommen, keine Ahnung. Okay, ich glaube, es ist Zeit, die mal zu verschwinden. Okay, also, wir scheinen es überlebt zu haben. So, dann suchen wir jetzt mal das Weite hier. Aber wir suchen mal hier ein bisschen Deckung. Ah, was ist da? Ich, äh. Oh, es zittert und vibriert hier alles. Oh. Okay, das waren meine Leute. Sorry. Kann mal vorkommen. Der ganzen Hektik. Da hinten haben wir sie auch. Komm her, komm her, komm her. Ah, super. Jetzt klappt es doch. Wir müssen Teams berichten, massive Verluste und brauchen Unterstützung. Äh. Da sind auch noch unsere Leute. Oh, nee. Okay. Wir sind durch die Gräven unterwegs. Warte, von der Sie! So, dann sehen wir mal zu, dass wir hier durchkommen. Okay. Da kommen sie alle hervorgekrochen. Aus diesem mehr oder weniger Schützenraben hier. Nimm das! Nimm ein paar Granaten. Da oben. Ich bin komm nicht. Komm her, komm her, komm her. Ah, da hinten lungern sie doch nur rum. Da lungern sie doch nur rum. Boah, Granate, 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 Granate. Glück gehabt. Wir sollten mal versuchen, hier in Deckung zu gehen. Das fällt jetzt wieder ein bisschen zu grenzlich. Da oben. Ja, ja, komm her. Und du darfst auch dahin mit. Wunderbar. Ah, komm her, komm her, komm her. Ja. So, du versteckst dich auch eher halbherzig. So, und da habe ich dann noch einen gesehen. So, du bist auch noch dran. Und du auch. Komm her, komm her. Und? Oh, sorry, Ash. Okay, also die haben schon wieder ein paar Panzer hier mit am Start. Das spricht ja richtig interessant zu werden. Ja, hat zehn angesetzt. Den werden wir, glaube ich, gebrauchen. So, komm her, ja. Okay, also die Panzer haben auch rausgeschaltet. So, kommt ja schon auf uns zugelaufen. Und Granate. Wunderbar. Funktionieren. So, gehen wir auch noch mit aufs Kauen. Ach, das ist eines dieser Luftkissenboote wahrscheinlich. Ja, warum nicht? Ja, genau. Die haben die auch schon wieder mit dabei. Oh Gott. Ich sehe schon, komm Leute. Wir brauchen gleich noch wieder eine A10. Oh, schnell Entdeckung. Erstmal Entdeckung gehen. Okay. Rechts oben scheint einer zu sein. Hoffe. Meine Kollegen kümmern sich jetzt darum, damit ich mir hier den Heli schnappen kann. So, komm. Wo bist du? Ja, wunderbar. So, schauen wir mal. Sie sind aber auch lässig. Okay, dann scheinen wir jetzt hier mal vorrücken zu können. Nein, das ist wunderbar. Suchen die Deckung hinter dem Dixi-Klo. Das ist ja auch eine super Deckung. Plastik vom Feinsten. Ach, siehst du. Jetzt haben wir den auch noch erledigt. Wunderbar. Dann scheinen wir ja weiter zu können. Da oben, nee, den haben meine Kollegen nicht erledigt. Nein, das muss man hier selber machen. Boah, Granate. Hat man nicht einmal seine Ruhe. So. Da hinten haben wir noch welche. So, zack, 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 zack. So, du auch noch. So, dann pfeifen wir jetzt mal auf den einen, der da noch im Kontrollton irgendwo sitzt. So. Oder sehe ich den von hier? Ah, da sehe ich ihn doch. Haha. So, jetzt haben wir die Nervensäge auch beseitigt. Äh, ach so, okay, genau. So, dann werden wir jetzt mal hier vorrücken. Die Lagerhalle. Also, actionreich ist es definitiv. So, wir laufen jetzt mal hier hinterher. Ziel erfüllt. Wunderbar. Oh, Leute, laufen wir mal hier lang. Ja, sehen wir noch ein paar Feinde. Was kommt mehr? Seien sich hier quasi vom Helio. So, nehmt ein paar Ganaten hier. Und sehe ich da hinten Riley? So, haben wir hier noch irgendwelche Gegner? Aber, ich schätze mal, nicht. Ich sehe doch da noch Feuer. Beziehungsweise, fallen da noch Schüsse. Aber, ich schätze mal, wir sind hier durch. So, okay, hier sind sie nicht reingelaufen. So, Leute, wo seid ihr? Boah, da hat mich noch jemand getroffen. Na, da hinten habe ich noch gar niemanden gesehen. Da sind sie. Okay. Die scheinen uns also dann doch zu folgen. Da kommen wir jetzt hierher. Kommen die hierher. Kommen die hierher. Dann würde ich sagen, laufen wir mal hier schnell durch. Und da sind sie auch. So. Wunderbar, so. Hersch, ich folge dir mal. Und dann schauen wir mal, ob wir deinen Vater hier noch finden. Oh, okay. Also, die Bude scheint ja auch nicht mehr lange zu halten. So, halten sie Y gedrückt. Ups, und? Falsche Taste. Ah, kann ich hier nicht unterdurchsliden? Ich will unterdurchsliden. Ah, okay, dann müssen wir krabbeln. Ich dachte, wir können jetzt hier so stylisch unterdurchsliden. Wie unter dem einen oder anderen LKW noch im Multiplayer. So, und jetzt. Okay, scheint der Weg hier abgeschnitten zu sein. Müssen wir ja quasi hier alleine vordringen. Und wer war das denn jetzt? Oh, oh. Oh, oh. Was ist der Nachteil an so einem Quick-Time-Event? Wenn man dann die Taste nicht richtig zur rechten Zeit drückt, dann war's das. So, jetzt aber. Riley ist auch da. Jetzt aber. B, 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 B. Dann sind wir jetzt auch an Bord zu des Helis. Hey, wir haben euch gerade gerettet. Haben gut klappt. Am Arsch. Ruhe. Ihr alle. Wir müssen zurück nach Santa Monica. Unser Dad ist da. Wir gehen nicht ohne ihn. Das ist wirklich bewundernswert. Aber euer Vater ist nicht nur dort. Ach, das ist sein Vater. Okay. Hey, ruhig, Junior. Das ist dein Vorgesetzter. Das ist ja auch mal interessant. Die Jungs wisst nicht, wie schwer dir das gefallen ist. Aber wenn ich mich entscheide, war's das. Du und dein Bruder müssen noch viel lernen. Aber ihr habt alle Tests bestanden. Willkommen bei den Ghosts. Wir sind bereit. Wir werden dich nicht enttäuschen. Das könntet ihr niemals. Ich bin stolz auf euch. Auf euch beide. Alles schön und gut. Aber was zum Teufel machen wir wegen Rock? Rock. Du musst dir natürlich die Lust zielen. Ja. Er ist gut. Sehr gut. Und er weiß, wie wir arbeiten. Wie kann das sein? Er war einer von uns. Jo, okay. Ja, Leute. Das scheint es gewesen zu sein. Das war der nächste Part. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal mit dabei seid. Ich bin G6. Ich bin für heute raus. Und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ich bin G6. Ich bin G6. Ich bin G6. Ich bin G6.